Hey, wieder ganz andere Gegner. Was? Ne, die hatten wir letztes Mal auch. Ne, das waren stärkere, die gleich am Anfang waren. Das war... das war irgendwie so eine andere Patrouille und nicht diese... ...Zombie-Dinge oder... Naja, ich sag mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Warhammer Wermintyte 2 im Skulptur. Hä, wo geht sie hier lang? Ein neuer Versuch? Genau. Auf ein drittes. Ja, auf ein drittes, ne? Ja, wo bin ich denn hier? Ist mal gelandet. Ja, aber bei diesen... ...Chaos... ...Kriegern macht man insgesamt nicht so viele Kills wie bei den Rotten. Weil die nicht so in Mengen kommen, ne? Die sind eher stärker. Alter. Kann es sein, dass man, wenn man auf Recruit startet, dass man mit einem Heiltrunk startet? Ja? Ja? Kann sein. Ich weiß es nicht. Wow! Laufen wir nicht so stark fort, die KI muss ich nicht noch. Ey, wann habe ich hier drückt? Was passiert da euch eigentlich? Was ist denn hier noch die Bomben? Ne, die Bomben müssen diesmal nicht da. Jetzt sind hier keine... Ja, hier war voll die Ratten... Ahja. Hier war voll die Ratten! Oh. Hier sind nochmal zwei Brandbomben dahinten. Oh lol. Alter. Ja. Okay, Sixty, jetzt hast du ungefähr 20 Kills gemacht, wo ich keinen einzigen gemacht habe. Ja. Äh! Brandbombe ist ja... KI hat's. Oh, oh. Da ist wieder so ein... Sag mir, Krüber... Do you even know how these lifting platforms work? Lol, wo ist der? Hör... Hör dich doch rumlaufen! Ha! A dead pug master is a sight for song! Komm sie mit. Die KI hat mir ne Bombe geglaublich rüber geworfen, sei nicht. Na gut, ich heil mich auch, wenn ich fast nichts verloren habe aber... Stopp! Hör dich, du Hörich! Schnauze! Du mit deinem Fernwachen! Biestig! Die... Na ja, der Assassine wird wahrscheinlich jetzt oben bleiben oder... ...schuppen wir vielleicht runter oder so? Ne, wahrscheinlich. Weapons ready! Our coming is expected! So, dann haue ich den mal wieder ein bisschen mit Kopfschüssen weg. Jawoll! S Edge zu Na gut, die Brandbombe war irgendwie unnötig... 有一 , fuffsимо 5 ratten da. Weil die Schwergepanzerten habe ich ja schon gekillt. Ja, aber wenn ich gar nichts mache, weißt du, dass man gar keine Kills ist, weil ich mache nicht keine Kills. Ich haue rein mit dem Böder und kriege aber keine Kills. Verstehst du nicht? Jetzt hättest du die Bombe gut brauchen können, glaube ich, jetzt, wo das viele kommen. Genau, jetzt hättest du die Bombe gebrauchen können. Ja, aber trotzdem keine Kills. Wahrscheinlich habe ich jetzt drei Kills gemacht oder so und den Rest hast du nicht gemacht. Naja, aber schlussendlich ist es ja wurscht, wie viel Kills man macht, man muss ja irgendwie nur durchkommen. Das ist egal. Weil man bekommt ja keine Punkte nach Kills oder sowas. Weil wir hauen immer genau in die gleiche Menge rein. Meistens, ja. Das, 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 die eine. Ich habe mich sogar irgendwie gekillt. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Woa, da brennt es ja voll. Ja, das will ich. Au, man bekommt ja doch Schaden. Ich glaube, nein, das war der Gegner da. Stirb, 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 stirb. Okay, ich muss mich noch mal kurz halten. Mach das. Der hat doch gerade ziemlich viel Schaden gemacht. Ich bleibe auf der Seite. Jetzt, wo ich wieder keinen Bock habe, ey. Ja, ich habe auch schon alles wieder verbraucht. Oh, lo. Aua. Ey, bist du ohne geflogen? Nein, ich bin direkt dort, wo er hinkotzt. Ich bin genau in der Ecke. Achso, hat... Loll, Alter, was? Was? Alter, sind da jetzt Zweitgegner? Oh nein, ey. Warte, ich hole ihn schon. Loll, ich bin hier voll im Nebel. Ich bin gleich drogen. WTF? Alter, ich komme hier nicht mehr raus, wenn ich alles kenne. Boah, der ist gleich tot. Komm, wir schauen mal. Hä? Wie flängt der wieder? Boah, Alter, die Flammen. Stirb, 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 stirb. Boah. Der Beutewürfel ist runtergeflogen. Alter, wie doof ist das denn? Der Beutewürfel ist ins Wasser gefallen. Was? Nee, ey. Wow, ich bin in diesem scheiß Wirbelsturm drin. Ja. Nein. Wow. Wow. Dass ich das überlebt habe. Oh, das ist gleich gut. Ja, die ganzen Gegner gehen auch in der Wirbelsturm. Oh nein, ich bin schon da drin. Oh. 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 Oh, gut, ja. Wir sind zu ferner. Oh, gut. Halt. Auf. Oh, da hinten ist... Da hinten ist... Medic. Oh. So, wo ist denn der? So. Oh. What? So, liegt da hinten noch was? Hm, nein. Gut, dann können wir ja weitergehen. Suche Börbels. Puer Halles. Grrrr. Brrrr. 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 Ähm. Stirb. Ähm. Fällt da das Haus grad runter? Eventuell... Lass wir grade gehen. Weiß er nicht. Ja, wir sind drauf. Da fällt's nicht runter. Ja. Ähm. Ähm. Ja. Oh. Oh. Weißlein. WL. 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 HM. Fahr mal die Front Study. Schei ey. Hast du nicht ins Turm reinschaut? War da was drin? Nee, ich hab da. Ich bin da, aber... Auf welcher Turm. Arih, das... Munition, kommt man da hoch? Ah, man kann da hoch? Hier ist ein Trunk und ein Fuliant. Nein, scheiß drauf, niemanden Fuliant. Ich werde schon nicht so viel Heidung brauchen. Wie kannst du wieder vor mir sein? WTF? Du hast gerade gekämpft, ich bin vorbeigelaufen. Oh, Leute. Oh. Ja, meine Fresse, lauf halt nach rechts und nach rechts. Ich glaube, ehrlich. Oh, ich komme wieder bloß mehr. Oh Gott. Assassine ist hier. WTF? Hört auf, da haben wir nichts zu belästigen. Ich bin mal weg hier. Oh, shit, Alter. Was ist das? Da ist noch irgendwas. Aha. Wow. Wie schaut denn das aus? Schauen wir zu mir. Ja, das ist noch eine Bombe. Hast du eine Bombe? Ja. Vielleicht haben wir eine Bombe. Toll, jetzt sind die ganzen Bomben da. Oh, ich bin mal weg, ich bin mal weg. Oh, ich bin mir weg. Oh, Moni. Sehr gut. Meister. I'm reloading. Hier so viel Platz, das macht mir das ingangs. kommen der zwerg und ex legger machen gefühle nicht nur viel schaden im fernkampf das ist noch mal ein kaos krieger mann ich kopf da rein und dann die reaktionen reaktionen Die KI nervt vor allem, wenn wir gewonnen haben. Hey, da ist noch! Oh lol, iiii Was hat's denn hier aus? Was ist mit dem passiert? Oh. Bist du verbrannt oder so? Bleh. Ist das jetzt ja Arena oder was? Ach nee, hier geht's runter. Äh, nee, geht's runter. Hä? Los. Achso. Das macht noch keinen Schaden. Oh. Das muss man verlassen. Ja. Hey, heute. So ist es. Lol, was macht der denn da? Wieder widerlich. Das macht der denn da? Danke. Das macht's nicht so gut. Das macht den Besuch. Das macht's nicht so gut. Ich bin der Da. So ist's. Das sind keine Gegner, jetzt wo ich einen Trank genommen habe. Ist das dein scheiß Ernst? Das ist... Das ist... Klassiker. Jetzt denkt man endlich mal dran. Aber gut, dass du sagst Trank. Nein! Jetzt wo ich einen Trank nehmen! Nein! Du wirst wieder verarschen. Was? Ich komme gar nicht an ihn ran. Nein! Alter! Jetzt wollte ich Bombe werfen, jetzt hat er sich wieder... Okay, der nervt mich hier grad tierisch. Ich versteh nicht, wie man den Schaden machen kann, weil... Bleib da! Ach gut, zack! Immer wenn ich... Oh man! Mein Trank war grad nur zu aller nutzlos! Ich hätte grad so viel Schaden machen können. Theoretisch, aber nein! Theoretisch auch los. Wo ist er denn? Hier ist noch niemand. Euerland! Bitch.. Weg! Wer steht! Vollerwischt! Woaa! Hast du auch ne Bombe geworfen? Ja, Mann! Jawoll, dann haben zwei Bomben ihn schon erwischt. Die stirbt! Wo, halt! Was denn hier? Das ist der geil! Belohnung! Ah, er ist tot! hat er nun lang genug genauer und runter was hier geht es durch alle stelle den post mal auf veteran ist auch wenn wir es bis dahin geschafft hätten Ja, am Anfang Veteranen geht ja noch, aber umso weiter wir können. Ja, wenn dann die ersten Wellen kommen. Ne, ich mein allgemein, von der Mission her und so auch. Ahhhh, das Wrenkel! Mann! Jetzt haben wir Akt 1 abgeschlossen. Jetzt hilft ihm immer noch, dass seine Beutelwürfel ins Wasser geflogen ist. Ja, das ist so ein Gott. Hätte wieder ein paar Punkte gebracht. Beruf freigestaltet? Was ist der Beruf? Welcher Beruf? Achso! Ja, ich glaube, es gibt doch diese drei Arten von Held jetzt. Habe ich wahrscheinlich den dritten gerade freigestaltet. Na, mit dem dritten Beutelwürfel hätten wir noch das nächste Level geschafft. Ahhhh... Ja, mein Becker verrichte ich, dass ich gegen diese Elite-Ratten echt, äh... Sturmraten haltestens richtig stark bin. Das ist übel. Zurück zur Weste. Verbleibende Zeit. Sieben Sekunden. Fünf Sekunden. Äh... Drei Sekunden. Und gar keine Sekunden mehr. Öffnen wir noch ein paar Drohnen. So, Herausforderungen. Da haben wir was. Belohnung abholen. Schließe Act 1 ab. Geil. Geil. Gibt es mal noch irgendwas? Achta. Eroberung... Der... Was steht da? Der Champions. Okay. Und dann bei Gegner mal Gegner, 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 Gegner. Jetzt habe ich einen Nettenbogen. Kopfschüsse stellen Ausdaufe und Verbündeten in der Nähe wieder her, ne? Ist ja schonmal was. Achta. Freier. Freier. So. Habe ich ein paar Drohnen bekommen? Ey, wie viel Anposte ich jetzt bekommen? Hm. Nur schlechtere Werfen bekommen. Naja, aber dann nehme ich... glaub ich... Genau. den Bogen jetzt. So. Alle Drohnen haben wir geöffnet. Ne, jetzt schauen wir mal ins Inventory. Hm. Was aber das haben wir gerade? Das sind 92... 95... 97... Ne, mal. Die... Gatlingern haben wir. Was haben wir da? 92... 96... 96... 100, geil. Joa, nicht damage. Joa. Passt. Was? Was ist das denn alles? Ne? Sehr gut. Den ganzen alten Scheiß habe ich halt. Na gut. Gut. Schließ. Äh... Was ist das denn? Was ist das? Das ist das? Äh... 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 Ich lebe dich! Ich lebe dich! Biss dich! Na gut. Ja, ich bedanke mich mal fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Jetzt haben wir es ja geschafft, beim dritten Versuch, diese Mission. Und jetzt kommt Akt 2. Ja, genau. Akt 2. Und wenn wir den abgeschlossen haben, kommt der Haupt-End-Gegner-Boss, denke ich. Jo. Geil. Dann in der nächsten Folge geht's nach Atelien-Louis. Bis dahin. Tschüss und danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.